Bessen Dank, meine Damen und Herren. Gleich lange Spieße für Prämus. Durch die rasante Entwicklung, vor allem im Bereich der Informatik, haben die Banken einen riesigen Vorteil, um das Privileg, Geld zu erzeugen. Diese Situation kommt einer enormen und einseitigen staatlichen Subvention weg. Etwas, das die Marktteilnehmer in der Regel scheuen wie der Teufel das Reihwasser. Die übrigen Unternehmen müssen sich die Mittel für Investitionen im Gegensatz zu den Banken zuerst selber erarbeiten und zinspflichtig ausleihen. In der heutigen Zeit eine unglaubliche Wettbewerbsverzählung, die den meisten Marktteilnehmern gar nicht bewusst ist. Banken machen rege davon Gebrauch, Geld zu verleihen, das sie gar nicht haben und mit selber erzeugten Geld kaufen sie sogar Immobilien und Repapiere. Im Gegensatz dazu will in der Realwirtschaft kein Kunde ein Produkt oder eine Dienstleistung, welches aus Luft, Fantasie oder Lärmversprechen besteht. Ein Kredit- oder Bankbundhaben ist aber genau das, eine virtuelle Zahl in einem Computersystem auf einem Bankkonto mit dem Versprechen, dass damit Forderungen beglichen werden können. Natürlich ist ein Bankkredit oder ein Bankkonto in der Bilanz als sogenannte Bilanzverlängerung mit den gesetzlichen Eigenmitteln aktiviert und dadurch steht das Geldinstitut im Risiko. Während andere Subventionen, zum Beispiel die Landwirtschaft, intensiv und transparent öffentlich diskutiert werden, wird bei der Geldschöpfung der Banken jegliche Offenheit. Dieses Privileg wird durch die Banken selbstverständlich, stillschweigend und legal genutzt. Dies ist nicht im Sinn unserer offenen und direkten Demokratie. Die Banken sind ohne Zweifel ein wichtiger Teil der Realwirtschaft und allen anderen Unternehmen gleichgestellt, ohne dass dafür besondere Ausnahmen wie die Geldschöpfung nötig sind. Stabile Wirtschaftsordnung, Konjunkturzyklen. Bei übermässiger Kreditvergabe explodiert heute die Geldmenge und es gibt Finanzplassen und Inflation. Offensichtlich fließt leid der überliegende Teil der Kreditgelder in spekulative Finanzmerke anstatt in die Realwirtschaft. Heute zeigt sich, dass die Nationalbanken mit ihren Leitzinsen nahe bei Null mit dem Rücken zur Wand stellen und die Möglichkeit zur Steuerung der Geldmenge weitestgehend eingebüßt haben. Sobald eine Nationalbank die Leitzinsen betrifft, wäre das in der offenen Wirtschaft ein Problem. Im Vollgeldsystem benötigen Banken richtige Einlagen, also Spargelder. Investoren oder von der Nationalbank geliehen es Vollgeld. So wie wir kleine Unternehmer müssen dann die Finanzinstitute auch für ihre eingegangenen Risiken gerade stehen. Dies gilt insbesondere auch für die grossen, Welche bis heute mit der To-Bit-to-Fell-Problematik von einer faktischen Strafgarantie profitieren konnten. Welche Firma kann das sonst? Meine Damen und Herren, die ehrliche und ohne Scheuklappen geführte Diskussion ist dringend notwendig. Haben Sie die Bilder der SOT-Bankenbreite noch vor Augen? In unserer Gemeinde ist ein Mensch an diesem schrecklichen Ereignis gestorben. Das Herz machte nicht mehr mit. Als überzeugter Demokrat und Eidgenosse sage ich Ja zu Vollgeldinitiative. Ich danke Ihnen.